Vor wie vielen Tagen haben wir die Erde verlassen? Vor ungefähr einer Woche. Wo sind unsere Originalversionen jetzt? Hier, im Kryoschlaf. Die Menschheit zählt darauf, dass wir diese Mission erfolgreich beenden. Wir müssen Planet X-10 bewohnbar machen. Aus diesem Grund wurden wir gedruckt. Im Bio-3D-Drucker. Der Womb. Ich hab hier ne Fehlermeldung. Die Womb hätte Luis längst fertigstellen müssen. Was zum Teufel ist das? Die DNA-Analyse zeigt, es ist eindeutig Luis. Wen interessiert's, wo ich bin, wenn die Bombe hochgeht? Wieso hat er sie gestohlen? Er will das Schiff zerstören. Weil sein Druck schiefgelaufen ist. Und jetzt will er uns alle mit in den Tod reißen. Dieser Drecksack. Worum geht's? Ich kam gerade aus dem Drucker. Luis? Was meinen Fehldruck angeht. Immerhin hab ich's mit mir selbst zu tun. Das ist keine Person. Destruktive animalische Wesen können ohne die Zustimmung ausgelöscht werden. Destruktiv animalisch? Die einzigen Tiere, die das Wort Hilfe verwenden, sind Menschen. Aber macht ihn das menschlich? Der Wert seines Lebens basiert auf dem Nutzen für unsere Mission? Es ist ein Klumpenfleisch. Selbe Vergangenheit, aber verschiedene Persönlichkeiten. Ich bin... Loos! Jedes Leben sollte geschützt werden. Ohne Ausnahme. Wir beide haben denselben Grund, diese Mission erfolgreich zu beenden. Um... Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gehleifel. Vielen Dank.